Herzlich Willkommen bei Radsport Schriever in Hilter am Teutoburger Wald. In unserem Fahrradfachgeschäft finden Sie nicht nur Fahrräder aller gängigen Marken und Arten, sondern auch ein umfangreiches und vielseitiges Angebot an Fahrradzubehör. Bereits seit 1994 sind wir Ihr Fahrradexperte im Osnabrücker Land. Ob E-Bike, Kinderrad, Rennrad, Mountainbike oder Freizeit- und Trekkingrad – in unserer riesigen Auswahl findet jeder sein Wunschbike. Als passionierte Fahrradexperten und Fahrer wissen wir, was Radfans wichtig ist. Spezialisiert haben wir uns insbesondere auf den Vertrieb von Fahrrädern der Marken Scott und Specialized. Besuchen Sie auch unsere besondere Damenwelt. In unserer modern ausgestatteten Werkstatt führen wir sowohl Reparaturen als auch individuelle Umbauten fachkundig durch. Wir machen Ihr Rad sicher und fit für die Straße. Maximaler Fahrspaß und neue unvergessliche Abenteuer beginnen bei uns. Lassen Sie sich individuell und persönlich von uns beraten, welches Fahrrad perfekt zu Ihnen und Ihren Ansprüchen passt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in Hilter. von Kölnmorgen fach